nicht mehr Puh, Generator! So, dann leite ich mal die Lava bis da nach hinten Halt, ich muss... Ich muss hier runter. Oh, hier ist der Lava-Tanz. Ah nee! Nicht hier. Tragen wir aber ja die Lava-Fabricator ja auch noch. Warum? Wir haben nur noch zur Not, falls die Lava immer leer geht. Oder meinst du nicht? Ach, Quatsch! Weißt du, wie wenig Lava das produziert? Dafür hat Heiko da zwei riesen Tanks da hinten aufgestellt. Warum haben wir das dann überhaupt hier stehen? Was? Warum haben wir das dann überhaupt hier stehen, sollte man so doof gefragt? Weil ich so dumm war und habe Energie verbraucht, um Lava zu erzeugen, damit es durch die Lava die Geothermal-Generatoren antreibt und aus der Energie von den Geothermal-Generatoren habe ich wieder die Lava-Fabrikator angetrieben, das heißt, völlig unnütz, die Dinger. Äh, äh. Du kannst doch irgendwie so einen Zyklus aufbauen, dass du dann trotzdem noch Energie bekommst, fand. Das schon, aber dafür sind wir wahrscheinlich noch zu kommen. Ja, oder zu weit weg, weißt du? Äh. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ähm, die Badboxen stehen lassen? Überlege ich gerade noch. So, ich bring hier Lava rein. Äh, 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 äh. Kann ich einfach mal mal Solar-Helme? Die kann ziemlich nützlich sein. Meinst du nicht? Solar-Helme? Ja. Oh Gott, da brauchte ich einen Low-Voltage. Ja, eben. Ha, 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 ha. Gut, das habe ich dann auch erledigt. Leute, es gibt auch einen Solar-Helm, für den brauchte ich nur ein Solar-Panel, drei Copper-Cable und fünf Eisen. Hä? Das ist ein bisschen für die Logik. Also, falls dein Mining-Thriller oder sonst was aufladen willst, hier haben wir ja noch 120.000 EU. Äh, nicht mehr ganz. Die eine Badbox ist bei drei. Äh. Ich bin auch bei drei. Ich mach jetzt mal leer. Jawoll! Drei EU mehr mit dem Jetpack. Respekt, Paddy. Ist so. Ähm. Irgendwie. Braucht die Lava ziemlich lange, um die hier am Knie hinten anzukommen, oder? Ja, klar. Aber die Rohre sind jetzt voll und dann wird's dauerhaft. Jetzt ist die Frage, wie viele Ersatzgeneratoren wollen wir denn? nicht viele, oder? Ich hab's gesagt. Äh, Paddy. Ich brauch die Generatoren nochmal. Ich komm mit den Generatoren. Äh. 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 so gut, also ich würde schon mal sagen das wird hoffentlich was, was? ja, ich hoffe es auch mal so hast du die Geo-Tymal-Generatoren bei dir? jup gut pass auf, ich muss sie erst mal ausbauen hilf mir mal bitte was musst du denn da ausbauen? ich brauche hier noch Platz für die Badboxes, also für das ganze System so weit wie du jetzt bist und dann reicht es mal vielleicht nur ein bisschen in die Richtung da die Ecke noch weg wir sind ja eh in einem Berg drin, da ist eh scheißegal da steht mir auch vor, wir müssen das alles in einem Haus bauen oh, da könnte man den Dachboden oder sowas verwenden, das ist wirklich kein Problem oder auch unter die Erde bauen ja so jetzt machen wir, mach ich mal das weg das weg das weg nee, das lass, das kannst du ruhig stehen lassen nee, und auch weg auch weg ach so, willst du überall hinsetzen ja, dann kommt das auch weg ja, dann kommt das auch weg so, wieviel haben wir jetzt viermal 2, 4, 6 8, 11 passt perfekt, ich hab zwei, ah nee, ich hab 42, ah, muss noch kurz zwei machen alt, du so weil dann kommt keine Lava mehr äh, äh, ga, da muss noch äh, muss ich dazwischendurch ne Pumpe hinsetzen, vielleicht eigentlich nö die Feind Island, vielleicht noch mal was ach stimmt, jetzt hab ich in die Ender Chess reingeschmissen und jetzt fallen noch Blaster 4 Ehhhh, mm-mm. Wer fahren Das jetzt? Stone waterproof Pipes Ehhhhhhhhh, Daimony braucht auch Stone waterproof Pipes Where are you? Oben. Dann im gerade oben Mööste die wo dahin? Thank you! Please you! Äh, mal weg. Das ist doch schön, das gefällt dir. Ich hätt's gern... Ich weiß nicht ob die alle gleichmäßig Lava bekommen. Ja genau, deshalb hätt ich's gern mit Lücke gemacht. Weißt du was? Dann machen wir jetzt hier... Ne, ne, ne. Wir machen jetzt hier eine Lücke rein. Hier eine Lücke rein und machen auch die Wand da weg. Dass wir hier eine Lücke haben und hier eine Lücke haben. Man weiß, das wird dann schon wieder zu viel. Ähm, achso du meinst immer so ein 8er Kästle. Ja, wie so ein 8er Kästle. Ich würde jetzt natürlich hier die Reihe Lücke machen. Ne, wenn, dann würde ich immer so jedes zweite. Also das da, dann das da, dann das da, dann das da. Warte, mach mal. Ich weiß grad nicht wie das... Okay, dann mach du kurz die Reihe da weg. Ich hätt's so gut gemacht.